und da so ein paar Bauern rauskommt was die Arme greift und und da haben wo der eine Einheit doch ich habe einhalten nur ein paar heute kommt schon so eine ganze Armee was machst du dann was ich jetzt noch ich bin jetzt ganz so viel ich drücke auf Pause du Tieter die Füße guck wo ich den Markt hin platzieren kann und zwar hier hin mach Pause weg mach Pause wieder ein kauf mir Stein kann nicht gekauft werden fick dich dann baue ich halt einfach einen Holzwall aber das mit der Pause müsst ihr eigentlich mal weg machen hier das ist ja fast wie gecheatet Nö man kann sich schon so oft so viele Gebäude machen und ist dann schon voll schnell fertig äh ne das ist jetzt nicht mehr man kann nur pro Pause ein Gebäude machen Achtung nicht so wie in Stronghold 2 wo du dann die ganzen Gebäude da machen kannst nö so auf jeden Fall eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg ja kleine Gruppe ist ja Wayne oha wieso sind das Pikiniere das sind aber nur Lanzenträger okay die ein Problem und die aus und die und die natürlich es wird die dummen Piken ihre weißt du wie deine Einheiten mehr aushalten es kann nicht Platz wenn wir in die Verteidigungsstellung bringt neue Befehlungen die da mehr aus deshalb habe ich auch dieses Prozent Paladin Battle von uns gewonnen weil ich die in die Verteidigungsstellung gebracht hat aber und dann haben die mehr der Mensch ausgehalten aber den gleichen der Mensch ausgezahlt ihr Idioten ihr solltet diese okay eines dauernd ihr sollt den töten mach mal Hügel nein 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 ha ha ist tot fehl egal ich muss zuerst wirklich den Wald platzieren ja da brauche ich 81 stein mach mal hin in die Scheiße Stein Dinger Typen das ist schwer so ein Felsbrocken hoch zu hieven ach pff hab ja so ein 500 Kilo Stein ne ne hebst du locker hoch jetzt erst mal ich brauche ja Stein für so ne scheiß Waffenkammer fick dich Spiel ich brauche Stein gib mir Stein man merkt also da kennt es schon nur auch schon in Prozent so hat zwei gewesen ist das kann da nicht platziert werden die uns hat was auch ich auch immer geworden ist auch noch ein Park war so der fährt mir jetzt erst ein die Opz sind ja auch ab und zu wenn du dir an die falsche Stelle platziert und sie trotzdem raus können gehen sie nicht weil sie irgendwie weil sie sich im Kühlschuss nützen ich habe einfach keinen Bock weil die denken ne so weit gehe ich nicht und die können Bogen machen Bögen machen Bögen machen Bögen Bögen machen Bögen machen und Bögen 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 und haben es langweilig auf jeden Fall haben wir genug Käse Käse die Wäse aus Quark nicht schon wieder habe ich jetzt genug Stein 12 40 wird schon wieder angegriffen ja ach mach mal hin ne hallo du Opse da hat er sich da dann wenigstens Bergfried 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 Burgfried oder Burgfried genau aber das sind auch nur ne das sind auch nur kleine kleine Lischis Korn ja stell dich da hin ihr Opfer ich bin stell dich da hin ihr Opfer ich bin so gut deutsch der Kanacke hier Alter ich muss dann unbedingt ne aber wenn da dann mein Burg mein Burghaus Dings steht komm gib mir Stein gib mir Stein komm komm ja scheiß auf die kleine Gruppe scheiß drauf ich brauch dann ja auch noch die Treppe mh 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 eure Befehle Sir Landsknechte auf die Wände Sir ja Sir sofort Sir du bist nicht gut ich bin voll gut ich bin erster macht sie fertig Männer ja Sir aber ich habe jetzt Stein ich kann das dann zumachen nein jetzt bin ich zweiter hab ich überholt noch noch ein so und der Ball ist zu Landsknechte auf die Wände geht doch scheiß scheiß nein jetzt bin ich dritter vierter fünfter Mist wo ist meine Treppe what the fuck breit und warm Landsknechte auf die Wände nein 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 jetzt habe ich mich gedreht scheiße Mann nur wegen dir ich kann nix für doch ja 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 geht mal da hin so jetzt haben wir zum Bogenschützen da das heißt wir sollten uns mal gucken ob wir Bogenschützen rekrutieren können irgendwann mal das heißt wir bauen unsere Unterkunft und zwar da hin taktisch klug platzieren unsere Waffenkammer machen wir taktisch nebens Vorratslager boah das war jetzt eher taktisch gucken wir mal oh wir können uns Lanzen kaufen das heißt hier kaufen wir fünf Lanzen baut taktisch ein einen ein Häuschen noch ein Häuschen noch kommt der schon mit Paladin nein der kommt mit Katapulten dieses dumme diese dumme Horde schon mit Katapulten wir werden es versuchen Sir der Feind greift an hey die sind irgendwie tot ich habe keinen Plan wieso aber sie sind tot sind explodiert so jetzt müssen wir uns wirklich mal ein Torhäuschen bauen und die da drauf stellen kommen ja Lanzenknechte Lanzenknechte heißen die jetzt noch nein die heißen Lanzenträger ich dachte schon Lanzenknechte ey du Knecht jetzt müssen wir was für Bogies bauen und das kann gar nicht platziert werden mein Gott und vielleicht noch zwei Lanzenmacher Dinger nicht genug Holzmeiler ach fick dich mit nicht genug Holz es ist sein eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf den Weg zur Post bei euch schon wieder wieso kommt er über ah ja ich habe ja noch 5 auf die Welle auf die Welle doch die sagen Lanzknechte 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 vorwärts vor allen Dingen das ist voll episch die kommen sowieso nicht rein aber wollen irgendwie hoch egal und was ich auch geil finde die Lanzenträger schießen jetzt mit ihren Lanzen quasi die werfen sie und sind dafür im Nahkampf schlechter weil sie nur mit dem Dolchen stechen können und wenn sie die im Nahkampf haben sind sie halt stärker weil wegen ist so ja ist halt so ne ja ist halt so ne ja ist halt so ja ist halt so ich wäre auch schlechter wenn ich nur mit dem Deutsch kämpfen müsste und hätte dann vorher eine Lanze aber die würde ich auch nicht wegwerfen weil wegen ist so weil wegen ist halt so kann ich eigentlich dieses scheiß Eisen verkaufen oh ja ich kann Eisen verkaufen das ist gut das heißt Eisendinger sind dann nur da für Geld ja und die können irgendwie meine Burg angreifen weil wegen ist halt so zu nah am Feind umgebaut werden zu können aber warum brauchen die äh Lanzenmacher kein Eisen die Eisenspitze ist doch aus Eisen oder machen die die aus Stein nein nein die ist aus Luft die ist aus Staub Luft haben sie Staub ja nein haben sie Staub ja nein sie schnitzen einfach die Spitze ein bisschen an von dem Stock oh aber die Bogenschützen nennen das Eure treuen Bogenschützten boah das sind die gleichen rauf auf die Welle die schreien nicht mehr so cool rauf auf die Welle rauf auf die Welle Bogenschützen kosten keine Ehre mehr ich hab bis jetzt noch keine Ehre gebraucht ich kapiere auch nicht wie ich die bekommen soll Bogenschützen sind wir auch eigentlich so mit einer der Anfangseinheiten ja aber beim anderen brauchst du für Bogenschützen Ehre ja weil Stronghold 2 auch schlechter ist nee Stronghold 2 finde ich gut ja ist aber schlechter als Stronghold 3 oder nicht ja das ähm naja wenn nicht dann hat Stronghold 3 aber einen ganz riesen Fehler gemacht mach mal Verteidigungsstelle hier unsere Bögen werden singen rauf auf die Welle rauf auf die Welle rauf auf die Welle ihr Schweine so ich bin jetzt sowieso eigentlich fertig ich muss mich ja nur verteidigen ich hab guten Morgen eure Lodge ja ich könnte mal wenn ich sozial wäre könnte ich ihnen irgendwann mal so ne Schweine in der Burg ausgeboten wo ist Feuer Brunnen und das sind Feuer ab war er auf das war die Schilder erschrecken unsere Brunnen gebaut nein ich hab keine Brunnen gebaut Oha darauf muss doch vorbereitet sein Mann das kann das Wackel dir deine ganzen Gebäude ab und jetzt kommen auch noch so scheiß Bären ah ach 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 der Zeichen sei ja auch die Bären ist natürlich sehr gut ihr seid etwas das ist mir egal dann Menschen verlassen dann kriegen Sie halt ein bisschen steuern so dann passt es auch wieder Schuck jetzt Plattfuß am Niel Befehle auf sieh los komm tötet einfach komm so dummer Burg hier tötet einfach die scheiß Bären es wäre lustig wenn jetzt die Bären den Burgherr töten würden ja das wird fehl das wäre richtig fehl der Feind greift an eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg nein mein Burgherr plättet die schon die Bären hoffentlich doch hoffst du wie viele Bären sind denn das 2 so er hat und sollte das eigentlich kein Problem sein und du lauf du scheiß Brunnenmacher Typ Dingsi jo die ja erste Stall ist guten Morgen eure Lordschaft hallo löscht den scheiß Brand ne ja hab ich so so gefährlich so jetzt kann man jetzt kann man die scheiß Steuern wieder wegmachen bah dumme Opfer und werden sie getötet ja natürlich die werden getötet passt ich brauche noch mehr Brunnen und zwar ein bisschen einer hier und einer das kann da nicht platziert werden mein Lord und einer da oh ich kann Menschenfallen ah für Menschenfallen brauche ich brauche ich Eisen deswegen ist Eisen da ach jetzt brauchst du für Menschenfallen Eisen ja vorher hast du nur Gold und Holz gebraucht ja